Aufträge sind der Motor dieser Welt. Oder war das Geld? Wie auch immer. Jetzt sollte das aber wieder soweit in Ordnung sein, hoffe ich mal. Ist der Zahn kaputt, oder? Wen denn? Ah, diesmal da, okay. Gut, wir haben unseren ersten Auftrag, wie ich gerade sehe. Und zwar müssen wir zu der Futterstation. Alles klar, das machen wir. Ich tue kurz ein bisschen das Mikro. So, jetzt. Fahrzeug linken. La 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 la. Ja, ich wollte euch kurz eine kleine Mitteilung geben. Ich glaube, es müsste eigentlich schon in dem Zeitraum online sein, wo ich das hier aufnehme, war ich gerade nämlich dorthin. Und zwar werden jetzt endlich die ersten Umstellungen beginnen zum neuen Video. Also zum, äh, ja, wie soll ich sagen, hier, ähm, äh, schieß mich tot. Gut, äh, wie gesagt, es werden jetzt auch einige Aufnahmen kommen, und zwar von Real Life, weil mit der Drohne hatte ich ja gesagt, mein Kanal wird sich jetzt ein bisschen ändern. Und zwar von LP auf, ähm, das war nochmal Luftpictures wird sich das Ganze ändern, nämlich. Das ist jetzt das, wofür das LP demnächst stehen wird. Trotzdem wird es noch ein klein wenig Let's Plays geben, das werde ich noch machen. Aber es wird sich jetzt, wie gesagt, schon angekündigt nur noch auf 30 bis 40 Prozent belasten. Das ist jetzt sehr, sehr wenig dafür heißt das, wie gesagt, weil die Let's Plays sind einfach ein bisschen, ich muss es leider echt, leider sagen, hier auf jeden Fall, damit erstmal was überhaupt auf den Kanal kommt, weil es halt schwierig ist, überhaupt irgendwie noch was gerade zu machen. Wie gesagt, Ayida Cosma lässt auf sich warten und alles andere natürlich auch. Deshalb, wie gesagt, ähm, wird ein bisschen Neues Plays kommen. Sollte natürlich ein gutes Spiel kommen, werde ich es natürlich jetzt playen, vor allem das Kena auf der Bridge, habe ich ja auch schon angekündigt im August. Werde ich auf jeden Fall noch spielen, das möchte ich gerne noch machen. Das Spiel hat mir sehr gut gefallen, schon vom Intro her. Aber deshalb möchte ich es auch noch gerne spielen. So, ähm, gut, ich glaube, das war jetzt nicht lang genug geschnackelt. Wir gucken mal, was wir hier alles machen können heute, aber ich glaube, so viel können wir hier gerade nicht machen. Ich muss mal gucken. Welcher Linus ist das denn? Das ist hier, das ist... Ah, Dracke und Draco. Niedrige Gesundheit, wer ist es? Hä? Ach, der immer noch betäubt ist. Ja, da können wir auch nichts machen dann. Dann verlieren wir wohl leider erstmal einen. Und ich werde auch erstmal nicht viel auf die Fleischhäuser mal eingehen, weil die haben einen ja richtig abgenervt. Vollkommen. Hier geboren, schon wieder auf 70 und so. Oh, und es wird immer schlimmer. Ah, lassen Sie die uns auch einfach... Ah, ich sehe noch gerade, dass wir eine Aufgabe haben. Das heißt, dann werde ich mal das Ganze angehen. Was könnten wir denn noch machen und... Achso, da ist noch ein Dino. Achso, ja, den haben wir ja total vergessen. Dann lassen wir den mal frei. Da ist er wieder. Und zwar müssen wir auch die Kleinen wiederholen, sehe ich auch gerade. Hier sind uns leider alle verstorben. Wie gesagt, ich kündige auch jetzt schon hier an demnächst. Es kann sein, dass jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich bald Joe Wessi World wird noch einen kleinen Weg weitergehen. Das ist klar. Aber ich werde demnächst... Ähm... Äh, toll. Äh, werde demnächst wieder wahrscheinlich VQ wieder zusammenholen hierher. Da werde ich halt mal schauen, wie ich das Ganze in Anspruch nehme. Achso, das muss ja wieder alles groß. Oder, warte mal. Das wird doch so geschrieben, oder? Ich hoffe mal. Okay, gut. Äh, ja, wie gesagt, eigentlich noch muss man noch frei lassen, sehe ich gerade. Äh, ja. Ja, passt ja jetzt gut, wir brauchen eh so einen kleinen E. So, das hätten wir. So, wie gesagt, auf jeden Fall wird VQ jetzt auch bald mal wiederkommen. Das möchte ich demnächst nun auch wieder einbauen. Ein Ei ist nicht geschlüpft. Oh, schade. Oh, schade, schade, schade. Äh, ist manchmal so blöd, wenn das nicht klappt, dann. Das ist schon manchmal ein bisschen blöd, aber man kann da ja halt nichts machen. So, äh, nochmal zurückzukommen. Wie gesagt, äh, VQ wird jetzt auch bald mal wiederkommen. Ach, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Alter, das ist schon der zweite Ausbruch in Folge. So, da geht es ja. Ähm. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. Wie gesagt. jetzt pen doch noch einer jetzt willst du mich vielleicht verarschen ist ja immer noch Lücke ich möchte ihnen ein angebot machen dass sie nicht ablehnen könnte ich meine das werde ich eben neben die schaffen weil ich die dinge halt ich aufmotzen kann wieso wieso es ist unglaublich und der Zaun natürlich ist noch im Arsch ist ja klar es ist auch ich krieg die Krise ich krieg die Krise auf der Wiese die Krise das ist das ist mache ich so das sollte reichen erstmal das blöde da ist jetzt wieder strom aus das hat er wieder echt gefehlt aber gut ja ich würde sagen ich beende dann die folge und wir sehen uns einen der nächsten folgen wieder wenn es wieder heißt joe weißy world evolution ciao mit v